Wie denn? Ja, genau. Ha, ich hab ne Gastkugel zurückgeschossen. Fliegt doch noch höher. Ey, wo ist das? Ach da. Warum kannst du nicht mal so auf Schwerthöhe fliegen, ey? Ja, ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Bleib da. Boah, Mann, ich dachte schon, das wär mein erster Hit mit nem Schwert an nem Gast. Ah, komm schon. Au. Ja, ey, das ist echt unsozial, ey. Fliegt jetzt mal auf Schwerthöhe. Oder such den geeignet... So, bist du dran? Ja, ich bin oben weiterhin und kämpf gegen diesen scheiß Ghast. Dass die Pickzombies töten. Ja, mit dem Ghast obendran, ne? Kein Problem, ey, den will ich jetzt weghaben. Na, der kommt. Mein Gott, aua, scheiß jetzt. Ich geh da nach oben, du bleibst da oben. Ja, ich brenne, Mami. Der schießt auf dich. Du, der gar nicht. Alter, wie viele Leben ich verliere dadurch. Dreieinhalb. Oh. Okay, jetzt kommt er nach unten, glaub ich. Jetzt schießt er wieder auf mich. Hm, ich wechsle mich immer ab. Alter, echt unsozial. Direkt, wenn ich da hinten... Ich bin nicht fast auf der Höhe vom Ghast, aber... Voll, ich brenne. Wir sollten uns mal Pfeile farben, da kann ich mal ne Hymener-Farm gleich bauen. Ja, okay, jetzt. Jetzt kommt der Torp. Geh weg. Scheiß. Ganz wegkommen. Ja, der ist weg, der ist weg, der Ghast. Komm. Ja, okay. Au. Die Idiot wäre weg, da. Lauf. Äh, was war das denn jetzt? Hm? Ja, der ist weg, okay. Now geht's an die Big Zombies. Hier oben, hier ist ne schöne freie Fläche, komm mal hier hin. Ich hab schon wieder ein Gas. Oh, ne, lass nach da unten. Ah, ne, hier oben, okay. Komm, den da. Ähm, ja, ich kümmere mich dann um die, die von hinten kommen, ne? Ja. Ah, ne, da kommen gar keine von hinten. Lol, Tobi, der greift dich. Okay, die drei sind gar nicht aggressiv. Die gehören... Alter, das ist wieder eins. Die sind aggressiv! Hilfe, Torben! Torben! Ja, Tobi, helf mir jetzt auch wieder. Ich hab eingekillt. Tobi, helf mir! Okay, das war's. Pass auf, der Ghast. Alter, die sind Ghast. Alter, jetzt brenn ich. Scheiße! Alter, da! Wer kommt? Mann! Tobi, der weißt dir nicht. Ja, für mich ist das gerade echt scheiße, weil ich nur noch drei Leben hab, also geht das grad nicht. Lol, wenn du da runtergeschossen wirst, Tobi. Das... Lol. Das kannst du nicht bringen beim Ghast, Mann. Mann! Fucking... Oh. Okay, jetzt kann ich auch wieder... Ich hab die Hälfte der Leben, da kann ich wieder mal ein bisschen... Der ist auf... Der ist so... Ah, über den Boden, nee, das gibt's doch gar nicht, und dann fliegt er wieder hoch. Leute, Tobi, der ist über dir, ne? Wollte ich nur so so... Meine erste Hit mit dem Schwert beim Ghast, Tobi, Leute, ja, ich hab' ihn getötetet, ja. Oh, wie geil ist das denn? Das erste Mal hab ich in Ghast mit dem Schwert geschlagen. Vorsicht, ich könnte, ne, ich hab' noch drei Leben. Der ist nicht aggro. Ich will das... Trümmelst du ihn mal eben? Äh, nein. Erst wenn du auch wieder voll aufgeladen bist, weil sonst kommt seine Familie und dann macht die mich fertig, so wie bei großen Türken. Okay. Ich beseitige mal hier so. Okay, komm, Tobi. Jetzt mach mal den fertig. Wie viel Leben hast du noch? Äh... Noll. Oh, so... Noll, keiner. Alter, Tobi, helf immer! Diesen aggressiv, Tobi, helf mir, 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 hilf mir, zurecht mir! Ja, der braucht nur noch eine andere Zeit. Ein halbes Leben, ich bin tot. Oh, jetzt hab ich deine Sachen. No, und da, der Pick-Sombie kommt. Na, alter, hey, bist du so ein Vollidiot, ne, ich rette dich aber. Nein, nein. Hallo, sag, 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 du bist verbrannt, man ja, du kriegst deine Rüstung, warte, ich muss in dem Keln. Ja, weil ich dich gerettet habe, äh, es hinter dir. Ja, deswegen, ja, ich kill den ja gerade, sag, immer her. Och, da ist der Nächste, ey, ganz unsurz, ja, hier, nimm schnell deine Rüstung. Tobi. Ja, wie denn, es liegt bei mir, oh. Die liegt da. Gut. Äh, den Rest geb ich dir, wenn der tot ist. Okay, dat war's. Alter. Oh, ich hab dich geschlagen. Ja, weil ich den getötet habe. Äh, Sachen. Also, was brauchst denn du? Holz, 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 Spitzhacke, Schaufel, Axt. So, den Rest halte ich jetzt. Achso, ja, ich hatte ja nur Gas drin und so. Okay, dann lass zurück. Ist der auch noch Agro? Ja. Nein, war er nicht. Äh, wo ist der Gas? Alter, Tobi, pass auf, da ist wieder ein Gas. Lol, Hilfe. Du sagst mir, wenn du wirklich Hilfe brauchst, ne? Ja, jetzt, jetzt, ganz dringend. Tom, ja. Tom, man. Ich hab' nur noch, ich hab's nur noch, weder so zwei Leben, okay, dann ha' ab, komm' schnell. Ich bin hier oben. Ja, ich auch. Äh, wo lang, scheiße. Ah, bleib' hier stehen, bleib' stehen, du Trottel, du rennst in die falsche Richtung. Ich wollte auch nur Pflicht, um mein Leben aufzuladen. Nein, warte mal, ich möchte gerne zurück jetzt. Ja, aber nicht da lang, du Spacken. Nein, da lang, hier. Nein. Nein. Da unten, da unten, da hinten. Ah, Tobi, komm mal mit. Hallo, Tobi, wenn die Markierungen da sind, dann kamen wir da lang. Siehst du? Ja, schlaues Kerlchen. Ja, ach, das hab' ich ja, aber, das hab' Schleißengas. Ja, den Kili, Alter, wie der hier unten alles in Flammen gesteckt hat, zieh dir das mal rein. Hier, Piggy-Skill. Ja, ganz bestimmt, ne, damit du wieder hier anderthalb Leben hast, nur noch. Wir sind... Alter, nein, so viele greife ich nicht an, das kannst du vergessen, dann machst du das allein, ich geh. Alter, sind das viele. Nein, Alter, so viele, ey, da verlieren wir. Warte mal, in welche Richtung geht's? Ja, hier einfach runter, guck. So, jetzt pass mal auf, was ich jetzt mache. Oh, oh, nein. Alter, wie dämlich du bist. Loil, okay, jetzt können wir rennen. Also, zumindest du. Hoffentlich sind hier nicht aggro. Help me. Ja, ganz sicher, Tobi. Loil. Hilfe, Torben. Rette mich, ich hab nur noch zwei Herzchen. Loil, loil, ich bin tot, ich bin tot. Ja, ich seh schon, ich seh schon. Tobi, mach mal hier die Blöcke weg, ich hab keine Spitze mehr. Ja, oh, Tobi, vor allem, weil du neben mir stehst, ey. Und außerdem würde das ja nur gehen, Warslam bei Pixhomby hättest du nur schreiben müssen. Sind die aggro? Nein, sind sie nicht, okay. Loil, wie bist du denn da so schnell hoch? Ach, du hattest einen Spitzsack, okay. Alter, du bist so ein Honky. Alter, Tobi, hör auf, mich zu schlagen, Mann. Der ist doch schon lange tot. So, ab dafür. Du bist, komm, mit der Schaufel einen klatschen. Alter, Tobi, hör auf, ey. Alter. Das war mit der Schaufel. Alter, Tobi, hör auf. Ja, sorry. So bist du denn so? Ja, ich bin, äh, äh, Homeworld. Also, ich würde mal so sagen, das war doch Erfolg, Frank. Ja, ich hab hier auch, äh, Netabricks und Zäune, aber Zäune nur elf. Netabricks, zwei Stacks, zweieinhalb Stacks. Dann, äh, ähm, 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 zwei Stacks Soul Sand. Also, jetzt leckt's ja. Ey, Tom, mein Essen. Wie, mein Essen? Ach, ich hab, ach so, genau, das brauchst du noch, ja. Komm her. Loil, ich hab ein goldes Schwert bekommen. Ich bin voll mächtig. Bissen wir. Ja, im Haus. Ach so, bei mir läufst du da jetzt gerade hin. Ah, nicht mehr. Läu, jetzt wird's auf einmal noch. Gib mir mal mein Essen, mein komplettes. Du kannst dir was aus der Kiste. Oder, ne, ich nehm mir schon was. Nein, ich hab's dir vor die Tür geworfen, ey. Wie so ein Weltmeister. Hä? Hier's... Ach so. Willst du, äh, sollen wir mal wieder die Felder abernten oder irgendwie sowas? Erstmal mach ich hier den... Ne, den Glowstone-Stopp mach nicht zu, ähm, Glowstone, weil wir brauchen das ja für Tränke. Lass uns erst mal Tränke brauen jetzt. Also zumindest... Nee, noch nicht, warte. Wo ist denn unser scheiß Braustand? Wo ist denn unser Braustand? Den hast du ja nicht mit der, äh, Stein oder so zerstört. Hast du. Du Bobby, man, warum hast du den mit der Steinspitze gezerstört? Wass ich nicht. Ja, und wo ist der? Wir hatten doch noch nie einen. Doch, ich hab einen gebaut, man. Nein. Doch, 100 Pro. Na, egal. Niemals. Wir machen neun. Äh, ich machen... Da brauchen wir aber Lohn, ne? Äh, wir haben noch 28. Wo denn? Ähm, in der... Nein, warte. In... In... Ähm... Oder hast du die schon rausgenommen, Tobi? Nein. Tobi, wir hatten noch 28. Ja, weiß ich doch nicht, wo die sind. Junge, wir hatten noch 28. Verarsch mich jetzt bitte nicht. Hast du die? Ja, weiß ich doch nicht, wo die sind. Woher soll ich das denn wissen? Hast du sie, okay. Ähm, ich mach uns mal Glas für so Glasflaschen. Oder haben wir noch Glas? So. In den Öfen ist ja... Ah, hier ist Glas. Okay, ich mach uns dann mal kurz Glasflaschis. Hm, 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 hm. So. Na, komm, haben wir noch... Wolltest du in den Neta gehen, Torden? Waren wir doch. Ach, lange genug, ey. So, und dann bin ich auch der... Oh, warte, komm, ich mach uns mal hieraus ne Neta-Kiste. Ja, oh, wir haben ja auch noch... Alles Neta-Sachen. Ey, Tobi, wir haben ja auch noch richtig viele Neta-Sachen, ne? Nee, das ist Neta. Nein, kein Neta, kein Neta. Hier, du musst mal die Cobblestone da rausnehmen. Ähm, so, wo ist der Brauchstand? Hast du den? Nee, wir hatten nie einen. Nein, ich mein, du hast doch gerade eben ne neun gemacht. Nee. Wieder nur ne Lohnrouten. Boah, Tobi, wir hatten 28 von den Scheißteilen. Verarsch mich nicht. Aua. Kannst du mir bitte jetzt sagen, ob du die Lohnrouten hast oder nicht? Äh, ich hab sie nicht. Alter. Hast du die mit in den Neta genommen, als du gestorben bist oder so? Äh, kann sein, ja. Ja, das wär aber sinnlos gewesen, du Honk. Warum? Das trau ich dir nicht zu, Mann. Wo sind die? Boah, Tobi, verarsch mich nicht. Darauf hab ich echt keinen Bock. Sag mir bitte, ob du die hast oder nicht? Boah, ja, ich hab die. Ja, gut. Dann... Warte, ich such... Soll ich schon mal da unten Raum für den Braustand bauen, in dem, äh, Neta-Gewühl? Ja, lass den jetzt mal eben schnell zusammenbauen. Ach, ich hab noch sieben. Ja, ich mach mir eben ne neue Spitz-Hakus-Aumus. Und dann kümmerst du dich um die, äh, Innenausstattung, weil das wolltest du ja machen und mich dann überraschen lassen, oder? Ach, lol, das ist ein Zombie. Äh, ich hab das überhaupt nicht gecheckt, dass so ein Zombie vor mir steht. Ein normaler Zombie? Hm. Ich würd dann auch sagen, wir brauchen ja erstmal einen vernünftigen Armgang. Ja. Ach, bring mal bitte die Netherracks und so mit. Oh, das ist zu spät, aber, äh... Ja, bring mal bitte mit. Ja, okay. Und Stone. Ja, und, äh, Holz für Kisten und so. Ja. Nee, Holz hab ich. Okay. Aber ich guck mal, ob wir noch ein Crafting Table da haben. Weil dann brauchen wir keine... Ja, ein Crafting Table hab ich. Alles klar, ähm, was wollte ich jetzt? Stone und, äh, was noch? Ach, und, äh, was wir noch brauchen? Ich nehm mal so ein paar Neta-Sachen hier mit. Ja, alle, auch alles, was wir zum Braum brauchen, das kann sie gleich holen am besten. Ich mach hier eh im Moment noch nichts, außer... Wo sind denn die Grindracks? Ich würde sagen, wir versetzen das Portal ein bisschen nach hinten. Ja, ich weiß, da wollte ich ja so ne geile... Ja, dann bring mal die aus Spitz, hab ich schnell mit. Okay. Die ist, äh, neben deinem... Ja, ich, ja, ich hab die. So, jetzt hab ich mal viele Sachen hier mitgebracht. Achso, ich baue mal hier Crafting. Das wird das erste Mal sein, dass ich mit der abbaue, oder? Mh, das ist auch cool. Leute, was hast du denn hier gemacht? Hast alles umgebaut ein bisschen. Ja, bau das Portal mal ab. Ja, mach ich schon. Ach, was eine spaßige Angelegenheit. Ja, sorry. Mhm. Hier, die Kiste steht hier. Hier können wir erstmal alles, was wir im Moment nicht für einen Bau brauchen, hinschmeißen, okay? Ah, ja, das bräuchte ich eventuell. So. Wie viele Blöcke sind's denn noch? Mit, äh, Effizienz wäre jetzt ganz praktisch. Damm-Di-Dum, bald ist es soweit, nicht? Jetzt haben wir gleich die Hälfte. Och, das ist eine Höhle. Ja, ich weiß, die hab ich doch mal da entdeckt. Direkt mit Freund, ich habe eine Grüßung von einer Spinne. Doch, das ist eine Höhle, die geht da hinten weiter. Äh, nö. Klar, das ist eine Höhle. Warte, ich zeig's dir gleich. Wenn ich die letzten drei Blöcke jetzt hier weggemacht habe. Oh, das sind noch drei jetzt. Okay. Also, wenn euch mal langweilig ist, einfach obsidiana bauen. Och, ja, das ging jetzt zu schnell, da hab ich den Stein auch noch mit abgebaut. Ja, Stone, genau. Ja, hab ich den, hab ich den. Den kann ich auch mal reinklatschen. Der, mach ich. Der letzte. Ich muss auch den Netern sagen. Ö, 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 ö. Ach so, rein zufällig Eisen dabei. Aber ich glaub nicht viel. Hm. Äh, vier. Wenn das reicht. So, ja. Okay, hier. So, Neta, 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 Neta. Neta, 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 und den Stone. So, ähm, ja. Ich würd sagen dem, lol. Hm? Naja, das ist wirklich keine Hürde. Da hatte ich das anders in Erinnerung. Ähm. Das ist wahrscheinlich was anderes. Nein, nein, das war hier mit dem Soulcent. Das weiß ich noch. Ach ja, Stone. Ja, hier, guck mal, Tobi. Diese Neta-Watzen sind erwachsen. Ja, ich weiß, Torben. Ich hab auch gerade welche geahnt. Die ganz fänden Roten. Ja. Ja, ich hab auch gerade welche geahnt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020